Musik Zellorganellen oder Kompartimente der Zelle, wie sie auch genannt werden, die sind zelluläre Strukturen innerhalb der Zelle und jede Zellorganelle hat eine eigene Membran. Also durch die Zellorganellen funktioniert die Zelle so wie sie soll und durch sie kann sie auch überleben. Ein Beispiel für Zellorganellen sind die Mitochondrien, das endoplasmatische Reticulum und der Zellkern. Und der Zellkern wird nicht von allen zu den Zellorganellen gerechnet, aber von vielen. Jedoch sind jetzt nicht alle Strukturen, die sich in der Zelle befinden, Zellorganellen, weil nicht jede eine eigene Membran hat. Zum Beispiel das Ribosom. Die Ribosomen haben keine eigene Membran. Musik 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 Musik